Lagen und ist Instant wieder zu mir gekommen, ne? Kannst du jetzt machen? Nein, das ist einfach Game Over. Jo. Ja, wenn du dann ohne Border Timer abgehoben wirst, hast du einfach keine Chance. Nein. Nicht bei der Geschwindigkeit, die der Killer hat, also ich sag ja, wenn ich denn spiele, komme ich mir vor, als wenn ich lahmarschig ohne Hände bin. Ja, ist so. Und der bei dem kam ich, glaube ich, einmal um die große Runde da, in der Mitte bei so einer Palette? Einmal? Und da war der direkt wieder hinter mir? Ähm, vorerst, ups, die muss passen, das ist unsere letzte Runde. Aber sonst gerne, gar kein Ding. Aber wie das, weil wir hören jetzt gleich auf zu streamen und auf zu streamen. Jo. So langsam ist die Zeit, das Bett. Seit... Sieben Stunden... Und... 39 Minuten, gleich 40. Ähm, und... Tridi... Springt jetzt seit... Zehn Stunden, 20. Zehn Stunden schon? Ja. Zehn, 20. Nach der Runde dürfen's dann halb. Aber sonst gerne, äh, gerne, gar kein Ding. Und vielen Dank für deinen Follower. Normal, gar kein Problem. Kann man gerne mitspielen, ist gar kein Problem. Wenn, wenn Platz frei ist, null Probleme. Ansonsten kann man auch immer mal gucken, dass man mal ein bisschen rotiert... rotiert. So, mal gucken, wie ich jetzt abgefarmt werde, Kappa. Wow. Doch so positiv? Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um hier abzufarmen, ne? Von vorne, von hinten, von der Seite, von oben? Ja, aber sowas von... Nurse Party, was? Wieso Nurse Party? Moktor, du möchtest sterben. Nurse Party. Das war's. Scheißdrech. Boah, jetzt sind die Caps an. Wenn man die andere Stimme auch zuteilen kann. Okay. Der Ace ist schonmal hier bei mir? Ja, ja. Ja. Ruin! Ja. Oh wow, wir haben die... Tante Trude von Buxtehude. Ja, ja. Hey, da muss ich bei mir am Weg. Ja, genau. Die trifft halt zehn Kilometer entfernt, ey. Tue ich auch. Das ist unglaublich. Die hätte mich da... wieder mal nicht treffen dürfen normalerweise, aber ist okay. Ich find das immer wieder interessant, aber ich find's interessant. Das Totem kann ja eigentlich da in der Gegend sein, weil sie war instant quasi da, ne? Ja, ich... Ich hab's. Nice. Wow. Naja. Oooooookay. Ähm, meine Frage, hat die dich mit der Axt geworfen? Keine Ahnung, ob die mit der Axt geworfen hat. Stimmt, der Ping war rot, da haste recht, Mucki. Bei dir, meine ich. Hatte die mit einer Axt auf dich geworfen, hat die getroffen? Nein, nein, die hat mit der Hauptwaffe draufgehauen. Gut. Pass auf, dass sie dich nicht mit einer Axt trifft. Oh, One-Hit. Du liegst im Stand. Ja. Ist jetzt die Frage... Äh... Wo war das Totem? Da, wo ich mich häng. Warum befreist du dich, alter? Komm her. Du bist ein Rudel. Hier. Hier ist es Rudel. Ich wollte jetzt eigentlich erst das Tote machen. Achso, ich wusste nicht, dass du das bist. Kerle. Okay, sie hat also nötig extra dabei. Läuft. Die Runde war schnell. Ja, ich bin auch nicht mehr fit dafür. Einfach ein bisschen zu müde. Okay. Okay. Och Gott, sie hat auch noch nervenkitzelt. Hier hat sogar nervenkitzelt. Nervenkitzelt. Nervenkitzelt! Ja, da kommt sie! Also liegt captures drei, mit ihr kommt zurück. Ja. da hat sie jetzt glaube ich nicht mit gerechnet so ein perk ist schon mal weg nur die frage welcher schwarzen ich finde ruinen ist weg das nervenkitzel ist noch da ja das haben sie aber ziemlich genervt dass du nur noch eine achs hast das ganze aber mit einem addon auf drei erhöhen wir haben das so genervt dass du nur eine wurfachse nur noch hast wenn du die nötachse einpackst aber du kannst sie halt auf drei erhöhen trotzdem finde ich es an sich schwachsinnig dabei ja gut ich sag mal so bei mayas gibts ja auch sowas ne ähm das läuft ab unter anderem ja gut die nötachse ja ok ja mein gott obwohl ich muss ich muss aber sagen ich finde es aber eigentlich ganz ok mein gott so stark wie die survivor derzeit sind finde ich eigentlich ok und wie gesagt sie haben es ja schon genervt chart mal ganz ehrlich wo sind die stark oh bin am weg gute nacht rindy gute nacht murki schlaf schön danke dass du da warst mein lieber Und Ivi ist dann auch mal wieder da. Hallö hier mein Lieber. Bist du endlich zuhause? Ah, da ist das zweite Tote. Wenn du ne ordentliche PreMade Gruppe hast, die wirklich ordentlich alles durchzieht, hast du keine Chance als Killer. Ist so. Äh, hattest du früher schon nicht? Äh, doch, da war es noch ein bisschen einfacher. Oh, Tote im zweiten, down. Nee, 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 nee. Dann muss ich Ihnen leider widersprechen, also wenn du ne richtige PreMade Gruppe hast... Oh, wow. Ernsthaft. Guck mal, ich finde es ja genauso lustig, dass Sie jedes Mal sagen, ja, Sie machen was da. Ich glaube ja, sieht gut aus in meinem Zimmer. Das ist sehr gut. Was machen die im Endeffekt? Die hauen mehr und mehr Perks rein für die Killer, dass die eigentlich campen sollen. Ähm, ja gut, aber im letzten großen Update haben sie eigentlich eher was für die Survivor gemacht. Das kannst du auch nicht widersprechen. Ich meine nur, ähm, ich meine ja auch nicht, dass Sie was gegen Survivor machen oder für die Survivor nennen sich. Ich meine nur, ähm, Sie sagen erst, ähm, wir wollen was gegen das Campen machen. Ja, gut. Sie widersprechen sich hier und da ganz gerne mal, das ist wohl richtig. Ja. Ich denke mal, den wird der nicht aufhängen. Wenn er ihn hat. Wenn er ihn hat. Das sieht nicht anders aus. Oh. Okay. Ja, das wollte mich, dass wir dann endlich zu Hause angekommen sind, das Eevee. Ist aber auch jetzt die letzte Runde. Ach, wie sie sich alle befreien, ernsthaft. Ja, wo mein Ding denn hier ist. Bin eh fix und fertig, okay. Äh, glaub ich dir. Glaub ich dir. Hat's dir heute voll aus, wie du gesagt hast, ne? Autsch. Ja. Was ja heute noch mit deiner Mutter erstmal schaffen, ne, meine ich. Hat's erzählt. Äh. Whispers oder so hat's also nicht, ne? Ähm, nein. Ihr habt jetzt nur noch, äh, eisern in den Griff und ruft die Kontenschwester. Joa, dann, äh, richtig Herzchen. Ich tippe mal, sie hat sowieso schon die Hedge gefunden. Schnauze-Rabe. Sonst hör ich nix. Oh nein. Okay, sie hat mich nicht gesehen. Ich lute mal, weil ich looten kann und der 3D kann das lesen. Wow! Danke, Evie! Oh, sie ist in die Richtung. Ich geh mal hinterher. Ah, da steht sie. Was? Ja, ich würd sagen, da ist die Hedge. Ja, ich würd sagen, da ist die Hedge. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, okay. Vielleicht wusste sie, dass du ihr freust. Was heißt so kleiner als 3? Es wird ein Herz symbolisiert. Okay, Entschuldigung. Kleiner als 3. Kleiner als 3? Ich sagte AL- Ja, so am Rand scheint sie wohl nicht zu sein. Ach, du blöder Rabe. Da vorne ist sie. Da vorne steht sie. Ja, naja, hab ich gesehen. Baaah! Interessant der Sound. Okay, die Jen hat zwar auch schon getreten. Wieder. Tja, Evie. Dass du ein Kind von mir willst. Das freut mich. Läuft bei euch beiden. Das Problem ist nur an der Sache. Das wird nichts. Kann nicht schwanger werden. Ich geh mal ins Haus. Oh shit. Na ja, gut, komm. Ich geh mal ins Haus. Keller? Nö. Loll. Tja. Also im Haus ist sie auch nicht. Loll.